Die Tanki Nummer 33. Auf dieser Seite Grundton A und die Stimmung nennt sich isländische Zwiegesänge. Hier nochmal mit den Händen geht natürlich auch. Die andere Seite ist auch mit dem Grundton A und die Stimmung nennt sich Akebono. Die Stimmung jolt. Die Stimmung ist eine Sprache des Zwieges. Ja, bei Interesse, E-Mail, Adresse steht unten drunter. Alles Liebe!